Guten Morgen, ja jetzt ist das nächste Video-Logbuch dran, wollte ich aber ganz kurz sprechen, weil ich jetzt nach Köln fahre, und zwar seid ihr auf der Gamescom, da wollte ich euch einfach nochmal fragen, an welchen Tagen ihr da seid, ob ihr überhaupt da seid, und ja, einfach nur worauf ihr euch freut bei der Gamescom, ob ihr euch irgendwelche speziellen Spiele anschaut, oder einfach nur Mainstream-Seite mit reingeht, weil einfach alle coolen Leute da sind, und das war's eigentlich, ja, das war's, einfach nur fragen, ob ihr bei der Gamescom seid, und einfach nochmal so einen Überblick zu haben, und falls ihr mal Hallo sagen wollt, könnt ihr das machen, indem ihr einfach bei der GameStar-Bühne immer rumhockt, oder vielleicht wollte ich mir auch zu dem Pugena gucken, äh, Pugenax, und dem Ich-Besack-Gesell, die wahrscheinlich irgendwie hier wieder in dieser einen komischen, äh, draußen erwarten, und mit Leuten sich unterhalten, vielleicht schaue ich da mal vorbei, das ist vielleicht auch eine indirekte Anfrage an die beiden, falls sie das sehen, ansonsten schreibe ich die eh so oder so an, und, ja, das war's eigentlich, äh, ich hoffe ihr kommt mal vorbei, wenigstens einen Tag, äh, ich freue mich schon wieder auf den Razor-Stand, und, äh, hoffentlich ist wieder, ja, Square Enix ist da, glaube ich, ob die jetzt auch Krieggemarc 2.5 vorstellen, oder anspielbar ist, ich musste mal mit denen ein Wörtchen reden, ich hoffe mal, dass es dieses Mal mit deutscher Sparausgabe wird, ansonst bin ich echt kompletter Brat, also, das war's, wir sehen uns dann auf der Gamescom, äh, ja, Ach ja, Urlaub war schön, ja, ich bin nicht so ganz braun geworden, leider, irgendwie konnte er mich den ganzen Tag in die Sonne knallen, und die Sonne hat mich nicht verknallt, nein, äh, nicht verbrannt, irgendwie, komisch, ein bisschen, ein bisschen, wir sehen uns, ja, das war's eigentlich, ciao! Ciao!